Mein Name ist Robin Böning, ich bin 18 Jahre alt, gehe auf die CVO in die Q2 und mache da mein Abitur. Wir beide sind gerade beim Tag der offenen Tür in der Hochschule Brummerhaven und schauen uns hier so ein bisschen an, was man hier so studieren kann. Gerade sind wir bei NoviTV und haben uns angeguckt, was man so mit dem Greenscreen machen kann. Ja, 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 ja! Ja, 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 ja!